Ich weiß nicht, warum das ist hier. Guck mal auf. Die Stelle zwischen den wärmsten Ländern der Erde, Ghana, Staaten, Westen. Das sagt ein UNO-Bericht über die Tickung, die in Frankreich erzählt. Die UNO schützt 48 Länder als ungerichtspolitiker. Die zwei Drittel von ihnen befinden sich in Afrika. Grund für die Lage ist eine schlechte Bildung und Suche der Ernährung der Infrastruktur, sowie die Abhängigkeit von der Landwirtschaft und der Regierung der Zitat des Volkswirtschafts.